Hallo zusammen, herzlich willkommen hier bei DrinkLink. Heute wieder ein Cocktail-Video. Ich vertone ja gerade eben das Buch hier von David Wondrick im Bibe und der allererste Cocktail da drin ist der Brandy Punch. Viel Spaß bei diesem Video. Für diesen Drink brauche ich Himbeersirup, Video dazu oben verlinkt, weißer, feiner Zucker, da Jerry Thomas wahrscheinlich keinen Rübenzucker hat, habe ich hier auch Rohrzucker, Zitronensaft, Schmelzwasser, komme ich später zu, Brandy. Ich mache die Flasche schon mal auf. David benutzt ein Cognac, aber warum nicht einen spanischen Brandy? Dann brauchen wir noch zwei Scheiben Orange, zwei kleine Würfel Ananas und ein paar Beeren. Die Ananas brauche ich für den Inhalt, die Orangen shake ich gleich nicht mit. Kurzer Ausflug Schmelzwasser. Ich werde jetzt hier nachher shaken, aber nicht mit Eiswürfeln, weil wenn ich mit Eiswürfeln shaken würde, würde ich die Ananaswürfel zermanschen und dann würden überall kleine Fruchtstückchen durch die Gegend fliegen im Drink. Das sieht nicht schick aus, das lassen wir hübsch und das sieht halt im Glas nicht schön aus. Ich werde, weil wir brauchen ja sowieso Schmelzwasser, steht ja im Rezept, mit Crushed Ice shaken. Hier habe ich nicht so viel Impact auf die Früchte, dass die zerkleinert werden und trotzdem werde ich Gäste-Eis und Trink-Eis voneinander trennen. Als Verzierung brauchen wir natürlich auch noch einen Pieker, damit ich die Früchte nachher da frisch aufspießen kann und oben das Ganze drapieren. So, und dann gehen wir einmal das Rezept durch, so wie David das entsprechend vorsieht. Wir brauchen einen Shaker und da kommt rein der Saft einer halben Zitrone, also drei Zentiliter. Im Originalrezept stehen zwei Teelöffel Zucker, ich gehe jetzt hier von zwei Esslöffel Zucker aus, da ich ja nachher auch noch einen Himbeersirup habe. Jetzt verrühre ich das Ganze, damit sich der Zucker in der Zitrone schon mal auflöst, deshalb auch der feine Zucker. Wir brauchen Himbeersirup, den Himbeersirup habe ich ja selber gemacht, der ist hier und da kommt jetzt ein Esslöffel von rein. Auch das verrühre ich schon mal, Sirup gut verschließen, nach Gebrauch direkt wieder in die Kühlung geben. Die Orangen, davon brauche ich zwei Scheiben, schneide ich jetzt schon mal, zwei Scheiben Orange, Ananaswürfel, zwei Stück, kommen mit in den Drink. Und ich mache nachher einen Fruchtspieß, jetzt kommen neun Zentiliter Brandy. Neun ist eine Menge, damals war man halt ein bisschen sattelfester. Das Buch ist ja geschrieben worden, 1876, beziehungsweise veröffentlicht worden. Auch hier rühre ich jetzt wieder ein bisschen vor und mache den Shaker jetzt voll mit Quascht-Eis. Heißt, ich habe relativ schnell viel Schmelzwasser und keinen Impact auf die Früchte darin. Das Glas drapiere ich schon mal, da kommt jetzt gleich schon mal Quascht-Eis rein. Und wenn ich dann geshakt habe, kommt dann das Getränk direkt da drüber. Quascht-Eis nochmal kurz nachstechen. Und einmal das Gästeglas befüllen. Wenn Eis daneben geht, dann geht es halt daneben. Ich habe hier die Möglichkeit, das alles direkt in den Eimer zu tun. Und das Glas wirklich voll machen bitte mit Quascht-Eis. Und umso mehr Schmelzwasser habe ich, umso länger habe ich Spaß an dem Drink. Und eigentlich ist der Punsch ja eine Geschichte für eine große Schüssel. Aber mit Sicherheit ist der auch schon von Jerry Thomas fertig auf die Flasche gezogen worden. Und teilweise auch später, als die Punschs nicht mehr so modern waren. Per Flasche einzeln hergestellt worden. Deshalb jetzt der Antrieb hier über den Shaker. Wie immer, wenn wir shaken, Plan ansetzen und dann nicht mit der Seite in Richtung Technik und dann kräftig shaken. Da ich hier mit Quascht-Eis arbeite, bin ich viel, viel schneller fertig. Und ihr seht hier außen wunderschön kühl. Mit einem schönen alten Strainer das Ganze ins Gästeglas geben. Vielleicht noch mal ein bisschen Quascht-Eis nachgeben. Die Hilfe von einer Orange nach oben raus gucken lassen und mit den restlichen Früchten einen kleinen Spieß bauen, oben drüber legen, Trinkkalm rein, Ananas und mit einer Himbeere abschließen. So, jetzt noch Trinkkalm rein. Und damit ist er fertig, mein Brandy-Punch. Köstlich. Kräftig, aber köstlich. So, das war er also, der Brandy-Punch nach dem Rezept von Professor Jerry Thomas. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Macht ihn doch einfach mal nach. Er ist sehr kräftig. Ja, das ist richtig. Aber alle Punches sind kräftig zu der Zeit gewesen. Der Menschenschlag damals war halt ein anderer als heute. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne. Daumen nach oben dalassen oder unten Abo dalassen. Tut nicht weh und hilft dem Kanal, um für euch weitere Sachen zu produzieren. Der nächste Drink, den wir aus dem Buch machen, ist der Pisco-Punch. Euch jetzt noch einen wunderschönen Abend. Passt auf euch auf. Dankeschön. Cheers. Bis bald. Euer Jörg. Euer Jörg. Musik Bis bald. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.